Team, voll am Broadway. Oh, nicht da oben den Ball. Oh, so dichter Ball hier. Was für ein Herz. Oh, und die Lichter. Wir haben noch nicht dünker genug. Schieb doch mal den Boden. Das ist schon einmal. Du wirst jetzt vielleicht nicht zu dran. Guck, da vorne ist der Löwe. Wolltest du nicht bis zum Löwen? Das ist der falsche Löwe. Das ist der falsche Löwe. Ja. Aufstehen wir. Oh, wir wollen nicht hier aufstehen. In der Zeit, wir auch hier sind. Oh ja. Da kommt noch eine Hand. Noch eine Kürze. Noch eine Kürze. Und hier haben wir schon einen Freund anheben. Das ist gut. Das ist ein King oder ein Staatsmann. Ein Leimking. Oh, ja, 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 ja. Da machen wir ja eine Maschinenstadt. Das ist da. Das ist doch wunderbar. Ne? Das ist der Wolf Street. Ja. Das ist das. Da muss man verbaut, fleißig, hm? Blackwood, wie bei uns. Blackwood. 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 Das ist das, das ist ein Diversion. Please listen, welcome. Du bist nicht böse, du bist nicht der Blut von dir. So, zwei, drei. Ich muss um die Beine rauslaufen. Das ist das kleine, das kleine Stückchen hier. Da denkst du immer die Form. Da war's bei dir. Ja. Die Gurke hat auch schon kleine Glimmloch. Ja, guck, da guck dir mal an, du willst doch mal die Gurke sein. Guck. Nein, nein, nein. Sie sieht schon schön aus, ne? Die Gurke war eine Farot. Da sind hier so schickte ich meine Schichter. Da spiegelt man das mal. Ja. Die machen das mal eine schöne Fahrt. Du siehst da den Norma und die Renate, äh, der Kiesler mitsitzen. Auf dem Bild. Sorry, nicht schlecht. Heute ist Landau und Norma zusammen. Ja, Norma. Ja. 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 Da steigen wir aus, ja? Ja. Hier steigen wir aus. Ach, wir steigen aus. Entschuldigung, dann gehen wir zur Ausgabe und dann fahren wir jetzt. Nein, wir werden die Gurke gehen. Das hast du, das kannst du gerne machen. Ja, wir fahren jetzt. Ja. Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Ach, wir haben die Gurke. Mama mia. So, müssen wir uns langsam runter machen oder wie geht das? Ja, aber wenn der Bus fährt, sollst du nicht die Schöpfe gehen. Ja, aber wenn der dann entsteigt vor Klima 1. Ja, das kriegen wir auch hin, das ist einfach nicht mehr. Ja, dann müssen wir uns an der Halterstelle fahren. Dann haben wir uns noch sofort zurück. Was? Okay. Was? Ja. Ja, wir haben einen Augenblick auf. Ja, das sind die Schwestern. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Na, ja. 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 Vielen Dank.